Was noch fehlen könnte? Oben rein, auf den Schädel habe ich. Da. Ja, aber das haben wir doch schon. Ja, okay. Das mit der Bisswunde. Beidenmark hier. Okay, gucken wir mal. Wo macht man das mit dem Wachsalter? Wo kriege ich den? Verwende Pauspapier in deinem Büro für die weitere Untersuchung. Komm jetzt das. Jetzt, lasse ich sie in einem Schraub oder vielleicht in einer Box irgendwo? Ich erinnere mich nicht, ob ich sie irgendwo rausgelegt habe. Äh, wahrscheinlich hier drin. Ne, kann ich nicht nehmen. Ah, hier. Ne, hä, wieso legt er das jetzt da hin? Verwende, nö, 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 für die weitere Untersuchung. Ja, wo ist das Pauspapier? Hä? Bin ich Jack oder was? Okay. Wieso ist da so eine Akte drin? Ja, okay. Und wo kriege ich jetzt den Bleistift? Na gut, der liegt da wahrscheinlich schon, ne? Ja. Ach so. Na dann holen wir das mal kurz. Die Horror-Elemente sind sehr gering, ne? Benutzt du den Atlas, um die Bisswunden zu vergleichen? Ja, und jetzt? Ah. Ah. Ja, aber bei den Krokodilen ist es ja nicht. Das hier könnte es sein, oder? Ja, das ist es. Okay, und jetzt kam gerade wieder so ein Psychosenschub mit rein, wenn es so blört. Kann das sein? Warte mal, führe die Obduktion durch. Achso, ne, da kann ich nichts mehr machen. Okay. Es hat einen Grund, warum der so müde ist. Der hat bestimmt die ganze Nacht an dem Typ da rumgedr... ne? Ihr wisst schon. Achso, äh, Lupe. So. Okay. Next one. Krokodile reißen doch eigentlich, oder? Okay, das spinnt ein bisschen. The imprints are quite deep and even. From the looks of it, I'd say Evans was restrained with his own belt. Mhm. The result of an animal tearing at its body, eaten skin, soft tissues and shandles. There are even some teeth marks, but... Well, it doesn't look like an alligator. The bite is firmly incorporated into the wound. A photo alone won't help me here. I need to make a cast and compare it. Okay, ne Abformung. Okay, dem wurde sogar der Schwanz abgebissen, alter. Uff. Mhm, was haben wir noch? Hier ist auch noch alles komponiert. Hä, aber ich hab jetzt nur noch den hier. Einer fehlt. Okay, ein Teil fehlt mir noch. Aber ich weiß nicht wo. Da. Okay, haben wir. Jetzt müssen wir, glaub ich, das Klemmbrett wieder nehmen, ne? Genau. Ne. Hä? Ähm. Im Labor nach Silikon... ...Besierpistole, okay. Äh, Silikonspritze... Ne. Wir sind doch hier im Labor, oder? Silikondosierspritze. Ah, okay. Okay, das haben wir. Mache einen Abdruck von den Bisswunden der Leistengegend. Okay. Ich gebe mal. Entfernung, wenn es kürzt wird. Jetzt muss ich das Bisswunden befassen. Warte, bis es hübschert wird. Mhm. Oh. Mhm. Mhm. Das Kast sieht ziemlich kontaminiert aus den anderen Wundern dieser Umgebung. Aus, to be honest. Das ist ein menschliches Gewiss. Oder bin ich dumm? Oder? Mhm. Natürlich. Grüße, Stromberger. Moin. Was nähere dich dem Tablett mit dem Abdruck darauf? Okay. Okay. Streche den gesamten Abdruck mit Pigment ein. Okay, machen wir. Okay. Ich glaube nicht, dass der Patient noch zu Renten ist, to be honest. Das ist ein menschlicher Biss. Das ist ein menschlicher Biss. Irgendjemand hat ihm die Eier abgebissen. Warum liegt da noch ein Foto drin? Achso. Irgendjemand hat ihm die Hoden weggeknabbert. Mit der Verbrecher-Datenbank abgleichen. Okay, hier und dann geht's los. Das ist schon ein bisschen heftig, oder? Diese drei Points hier, ne? Ich glaube, das könnte das Gebiss hier sein, oder? So, vom Ding her. Safe. Er taucht selber auf. Er taucht selber auf. Er war's. Ja klar mit Cam. Achso, ne. Ne, 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 ne. Ging nicht. Ja, das passt, glaube ich, nicht ganz, ne. Okay, da fällt der schon mal raus, ne. Vielleicht der hier. Okay, der fällt auch schon mal raus. Er dreht langsam durch. Die Sicht verschwimmt schon wieder, ne? Nein, das ist auf gar keinen Fall. Die könnten sein. Nein, schon mal nicht. Das könnte es sein, ne? Er dreht langsam durch. Er kriegt wieder Psychosen. Okay. Suche nach Übereinstimmung. Läuft. Bitte warten. Elijah... Elijah Crawley. Die verurteilt wegen Drogenverkaufs. Man kann sich doch die Hoden nicht selber abbeißen. Das geht nicht. Drucken. Ich kann nicht drucken. Warum kann ich nicht drucken? Irgendwas... Irgendwas tut hinter mir. Irgendwas ist hinter mir. Okay. 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 Ich sollte nicht so arbeiten. Ich gehe zur Obduktion zurück. Ich möchte dieses Mal keine Tabletten nehmen. Wir machen jetzt weiter. Nein, 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 nein. Wir müssen Tabletten nehmen. Wir müssen Tabletten nehmen. Nein, das hat Horror-Elemente. Das hat auch ein sehr bedrückendes... Ne? Schade, dass ich... Das war ein Blätter. Dass ich das nicht durchziehen durfte, gerade. So völlig bescheuert. Okay. Wir brauchen ein Clembrito. So. Grüße, Ute. Gut. Kopf. Und dann die zwei. Töten. 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 Ah, okay. Postmortale Wunde. Okay. Ja, aber warum hast... Also, hä, du wolltest doch jetzt noch Ding hinzufügen hier oben? Wann? Wird da nicht. Okay, dann schnippeln wir mal. Okay. Okay. Da, hm? Das da alles. Wähle die Astschere. Okay, raus mit der Rippe. Ähm... Was ist das? Arbartig, wirklich. Okay. Okay, der Verstorbene wurde siebenmal mit einem scharfen Instrument geschlagen, das den Brustkorb durchdrang. Sechs Stiche unterhalb der Kontinuität des Lungengewebes, das zu einem lebensbedrohlichen Schaden führte. Ja, guck mal, wie... Bleh. Bleh. Fett. 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 Verfettet. Okay, machen wir das hier drauf. Eine tiefe Herzwunde, die den linken Vorhof in der Nähe der linken Lungenvene eindringt. Okay, machen wir das hier drauf. Ah, hier haben wir auch noch was. Eine mechanische Verletzung des Herzmussels. Stichwunde, die seine Funktionsfähigkeit stört. Ist okay. Aber was machen wir jetzt? Achso. Alkohol, hm? Einmal den Tod des Verstorbenen hat. Okay. Okay. Schnibbeln wollen wir den Magen auseinander. Oh, jetzt kommt das, jetzt kommt das wieder. Kurbeln. 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 Wenn ich jetzt hier außerhalb schneide und ich krieg was ins Gesicht gespritzt, kommt dann vielleicht wieder so ein bisschen mehr Psychose durch? Oh ja. Das wird mehr. Oh, find ich gut. Ich möchte ein paar Schocker noch haben. Bitte. Ah. Ugh. Blut. Heavens had to swallow it due to his Anfänger, was bedeutet, dass er noch immer alive war, als er in der Brutung auf dem Kopf beschädigt wurde. Mhm. Okay. Was machen wir jetzt? Luftröhre, oder? Alter, ein wildes Team. Moin, Weiber, grüße! Sind intakt. Keine Anzeichen von Blutungen im Inneren. Klumpen von unverdauertem Blut im Mageninhalt. Okay. Okay, dann schneiden wir das Ding auch noch auseinander. Yay. Okay. Ich kette und Blut. Just as I expected. Hm. Ich bin sehr gespannt, ob er das wirklich war mit dem Kill. Als er abdukt, stript und abdukt wurde, wurde er mehrere penetrante Blut auf den Kopf getötet. Dann wurde sein Kopf getötet. Evans war verpflichtet von seinen Genitalien und das Körper servierte als ein einfaches Essen für die Tiere. Selbst wenn es viele Erkrankungen auf dem Körper könnten, es war die Decapitation, die Evans' Leben endet. Die Tiere und die Läden haben nach dem Leben so there's no reason to treat these as the cause of death. The damage to the lungs and heart must have led to severe hemorrhaging. So there's no doubt that Evans was choking at bloody convulsions. But it didn't last too long. Which I conclude from the small amount of blood in the stomach and trachea. I never thought I'd ever wish someone to have a heart attack. But in this case, it would have been better for him. In some way, it can be said with certainty that James Evans was murdered. Ja, also Mord. Gut, heute unterschreiben wir mit ähm E- Bebens. Goody. Ja, okay. Dann klappen wir hier die Schaden. Alter, was ist denn heute mit dem Mikro? Was? Because even now the organs are relatively clean. The skin around wounds also it's like hm someone pumped it out. Ausgebrummt? Oi, go. Oi, more passion. More passion. More passion. More energy. More energy. More footwork. More footwork. More footwork. More passion. More energy. Dann machen wir den Matsuya. Was war das jetzt denn für ein beschissener Sound gerade? Und jetzt? Ah, forget to head home. It's a fucked up thing. I'll hold off taking log walks in the forest for the near future. I have a feeling that it won't end with just one body. Ich möchte unbedingt wissen, was jetzt passiert. Wie die Story weitergeht. Safe kriegen wir jetzt endlich. Hau rein, Alter. Ah, I think it's the first time in a long time that I finished work at a decent hour. I'll get home and oh come on fuck. Was? When did I get a flat tire? Oh. What the fuck? Come on. This is impossible. What's this supposed to mean? What's this happening? Oh, someone is messing with me again. Wo, 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 wo? Ja, da liegt ein Schraubenzieher, Diggi. Find er raus, was mit dem Reifen passiert ist. I'm going to Ridley's. Maybe he saw something. Ich bin mir nie sicher. Vielleicht hat der Ridley das ja gemacht. Vielleicht ist Ridley jetzt auch tot. Ridley, do you know what happened to my car? Oh, what happened to your car? All the tires are fucking flat. Well, it happens. Don't you have a spare in the trunk? Spare once in the trunk. No one carries four fucking extra tires. In the trunk! Jesus, hand me, calm down. I'll call you a taxi. Calm down? That's a bit of an exaggeration, don't you think? Have you seen anyone around here? Someone strange? Suspicious? Except you? No. Ah, funny. I don't find all these jokes amusing, you know. What jokes? Hammett, what's wrong with you? It's just tires. Such things are not a coincidence. What's wrong with me? Things keep happening. Last week, and now this? Just go wait for the taxi, okay? Fresh air will do you good. Neither you nor I will do anything about it now. Neither you nor I will do anything? What have you been doing all day? Surely something like this can't just be overlooked? Maybe you should go outside and cool down. I'm calling the taxi. Cool down. fuck. I just want to sleep. Du dommer Wichs. Alter, wirklich. Da ist man die ganze Zeit gespannt drauf. Ja, okay. Chapter 4. Sind wir jetzt endlich zu Hause? Wo ist das Auto jetzt hin? Achso, wir sind einfach wieder auf Arbeit gefahren, ohne Stop. Das ist immer eine gute Idee, an solche Geräusche hinzulaufen, oder? Bro, 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 entspann dich. Das Fenster ist schon wieder offen. Was ist das denn hier für eine Scheiße? Die Tür geht nicht auf, oder? Was ist denn das für ein Räumchen hier? Okay, 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 also hier kann man nichts machen, okay. Aber warum ist das Fenster offen, Alter? Das ist schlecht. Krusty, Scrapt! Okay, da machen wir einfach mal auf. Einfach das, einfach das offen ist. Gar kein Problem, Junge. Wir machen einfach auf. Bin ich froh, dass es draußen noch hell ist, sonst könnte ich nicht weiterschauen. Also, bei mir ist es dunkel in der Bude. Ich habe alle Rollläden runtergelassen. Überall. Ich brauche Feeling. Ich bin froh, es ist bereits late in der Good Evening. Any news für mich? About my car? You know, the flat tires? Nein. Mein water, grüße. Have you checked the cameras? Anything? Handman, I cut my teeth working in prison. I know what to do. But? There were no strangers hanging around. Maybe you ran over something. What? All the tires? Quite possibly. You can congratulate yourself. Ah, Christ. You should try sleeping more. You've been kind of out of here lately. That's the first bit of sense you've made all the time. Good. The body is expected to be ready for pick up tonight along with your lecture. What? What? You still pontificating? Best hurry, don't you think? Okay, das ist... Er hat jetzt schon starke Psychose. Guck mal, was ist alles irgendwie... Ich möchte eigentlich mal ein bisschen Psychose erleben. Was war das? Hallo? Okay. Dann gibt's halt keine Psychose für ihn. Nehmen wir die Tabletten. Vielleicht sind sie ja leer. Ein wie neuer Tabletten hat er noch nicht ein einziges Mal geordert, oder? Also... Erstmal Fenster zumachen. Sicher ist sicher.